Herzlich Willkommen zu diesem Podcast Talk & Play. Ich freue mich, dass du diesen Podcast gefunden hast und dass du dir auch diesen Trailer anhörst. Das heißt, du hast ja offenbar Interesse an diesem Podcast. Dankeschön erstmal dafür. Jetzt erstmal was zu mir. Wer bin ich? Ich bin der DandyCraft. Ich bin ein kleiner YouTuber, kleiner Streamer, der einmal in der Woche streamt. Und worum geht es in diesem Podcast? In diesem Podcast geht es um Spontanität. Das Ganze hier ist auch spontan aufgenommen und ist eigentlich auch die Idee des Podcasts. Dass Dinge, die spontan eingefallen sind beim Zocken, während eines Streams oder oder oder, ganz egal, werden hier drin behandelt, ausdiskutiert und so weiter. Falls ihr eigene Ideen habt, denn die werden wir natürlich auch behandeln, dann schaut in die Podcast-Beschreibung rein. Da findet ihr alle nützlichen Links und da ist auch beschrieben, wie ihr mir Themen übermitteln könnt. Und da der Trailer mir fast keine Zeit mehr gibt, würde ich mal ganz kurz sagen, ich freue mich, euch in der ersten oder in der aktuellen Folge begrüßen zu dürfen des Podcasts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.